Arbeitete Lebensmittel ungesund. Die richtige Art der Ernährung ist heute eine der am meisten diskutierten Themen in der Gesundheitsbranche überhaupt und deshalb teile ich dieses wichtige Thema mit euch, damit auch ihr die wichtigen Impulse und erwerbvollen Erfahrungen von Anita in diesem faszinierenden Power Talk mitbekommt. Viele meiner Kunden berichten, dass sie nach einem Talk mit unserer Nachwuchslehrerin aus der MyHealth Solutions Community Impulse integrieren, die ihr Wohlbefinden drastisch verbessern. Wenn auch du neugierig bist, mehr erfahren möchtest, lass es dir nicht entgehen und ich lade dich dazu ein, zu diesem kostenlosen Power Talk am Dienstag am 9.3. um 20 Uhr mit Anita mit dabei zu sein. Anmeldung wie immer.